um hier hier fackeln keine fackeln haben wir gar keine Fackeln mehr was sind hier eigentlich drin Ding 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 und Tucklingels ähm ich hab aber keine Kohle dabei das ist doch klasse ah hier ist doch Kohle drin wollen wir nicht so rum ähm so hier Holz haben wir auch können wir uns nämlich ein paar Sticks machen und die Kohle da rüber und rambadamba et voilà 24 Fackeln so viel brauchen wir gar nicht ähm geplant wäre das gewesen folgendermaßen und zwar hier zum Beispiel das so hier jetzt eine Fackel rein und das dann da so drüber dann müsste das eigentlich Licht spenden theoretisch müsste das ich mach das nochmal an einer anderen Stelle so ich mach jetzt einfach mal wir gucken einfach mal wie das dann aussieht hm ja wahrscheinlich wird's ein bisschen zugebaut aussehen vielleicht so quasi indirekte Beleuchtung Schüsse hm hm ja ich weiß noch nicht du sieht ziemlich klobig aus vielleicht sollten wir das doch nur als komplette Umrandung machen vor allem wirkt unser Haus hier zu klein haha oh das heißt ja immer je niedriger der Busch m so größer weg das Haus ich tue es einfach mal einfach nur weil ich neu gelig bin kann man eigentlich drüber hoppen ja das funktioniert das äh funktionierter so gut was alter Penner wollen wir uns mal mit dem Pisskopf hier anlegen Alter es geht ab ey hau mal ab geh mal weg nein hau ab ich hab hier zu tun so komm ich hau ab das ist mir echt zum Brenzli hier kann man da Fackeln oben drauf stellen nö kann man gar nicht hm ich geh mal pennen Alter so schnarch nö 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 ja du bist ein Arsch Alter das ist nun mal so ja ich weiß nicht dass sie mir nicht das sieht nicht so glücklich aus oder sagt ihr irgendwie schon oder ist die Schere schon im Arsch wollt ihr mich verarschen geht das so ratzfatz echt gut ist es beim abbauen recht schnell ne ach ja scheiß Enderman Alter das ist voll die Seuche hier woher liegt denn das wir machen das mal wieder weg hm vielleicht lassen wir es hier irgendwie ich weiß noch nicht guck mal hier ein Enderman war nicht irgendwo noch einer ich hab mir eigentlich zwei gesehen hm hm so dann machen wir das Löchchen hier wieder zu hm hm wollen wir hier vielleicht ich weiß nicht ach da kommt ein Creeper angelatscht sehr schön super Alter ich hab dir schon nicht angeguckt hau ab gut auf die Fresse so guck mal her du Panna guck nicht so blöde hm 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 gefällt mir irgendwie gar nicht sieht irgendwie total strange aus Sieht doch nichts aus, Mensch! Okay, ne, ich glaube, wir nehmen diese Hecken, weil die sehen auch bei diesem Tech-Shop-Pack relativ massiv aus. Und das ist irgendwie nicht so, nicht so im Sinne des Erfinders. Zumindest gefällt es mir nicht. So, hängen wir den Dirtier wieder und kloppen den da rein. Hm. Was machen wir da? Wir könnten natürlich auch... Vielleicht sieht das besser aus. Moment, ich nehme mal ein paar so Pflänzchen. Oh, guck mal, also so Pflanzen haben wir ja wirklich echt mal extrem. Ha! Nichts passiert. Ah, hier liegt noch Rottenfleisch. So, ich nehme mal von denen noch ein paar mit. Und dann gucken wir mal, vielleicht sieht das so besser aus. Wie? Ah, hier masukPrum. Simpli. Ja. Ja, hier liegt noch ein paar, nein! Hä messaging! ễ,licke! Sie... Sizzleulnis! Sie... was aussehen oder echt mehr waren das nicht aber das gefällt mir besser aber auch plan b sage ich doch so ja einmal quer durchs Bild über die Wiese ramba samba 29 31 34 38 hallo scharf 42 ok so ein paar Blümchen bräuchten wir noch wollen wir von den roten auch noch ein paar nehmen oder wollen wir jetzt nur diese pinken hier die ändern die Farbe ja stündlich zumindest bei mir so fressen wir mal wieder was hier haben wir noch ein Hühnchen wollen wir noch ein Hühnchen mitnehmen komm mit hallo Hühnchen kommst du mit guck mal hier überall sind Löcher im Boden weil diese Drecks Enderman was ist mit dir kommst du auch mit so ihr zwei kommt schon im Team ähm wo müssen wir da hin haben wir es weit klappt aber oder komm jetzt ihr zwei jetzt streng dich nochmal an im Sport links 2 3 4 links 2 ach ja der hinten der mag schon wieder nicht mehr hallo was ist los hallo in der Mee gibt es keine Pause kommst du jetzt mit hat er keinen Bock mehr oder was hallo was ist los komm jetzt komm 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 ja fein so komm mit komm jetzt mit oh man jetzt dreht sich nur im Kreis jetzt siehts aber gut aus jetzt haben sie uns geschnuppert jawoll Papa will nur Gutes Papa will nur Gutes und ich hab ein extra Gehege nur für euch mit ganz vielen eurer Artgenossen da könnt ihr es treiben den wilden langen Tag lang kommt mit no 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 na komm na komm gleich haben wir es geschafft und die Sonne geht auch schon wieder unter oder kann das sein ne wir stehen nur unter einer Wolke ok oh komm Rannien 2 jetzt oh mein Auge grad hm so hier kommt rein jawoll ja Tür zu so und dann könnt ihr gleich loslegen ja guck mal haut rein viel Vergnügen ihr wisst schon dass wir dann später ab und zu mal eins schlachten von euch ich wills nur einmal anmerken woran liegt das dass das hier nicht wächst weil die da drauf rumstiefeln oder was oder oder warum muss ja einen Grund haben irgendwie oder liegt das echt da dran oder hm na ich weiß nicht wir lassen es mal noch eine Zeit lang so weil ich mir echt nicht sicher bin so na gucken wir mal dass das ein bisschen verwildert aussieht so hier noch ein bisschen und da noch und so und überhaupt und generell und hast du nicht gesehen was ist grundsätzlich hier in 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 Untertitelung des ZDF, 2020